Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertete Part und viel Spaß. Oh, hier war der letzte? Einfach nochmal schnell zurück. Okay, ich weiß, ich habe gleich nicht mehr so viel Zeit, warum auch immer. Und ich muss die Maschinengun in die Hand nehmen, damit ich diese Dinger da wegballern kann. Alles klar. Merke ich mir? Ich bin nicht gestorben. Nein. Nein, nein. Kann ich bitte? Danke. Ach, da ist eine Kamera. Ah. Ah. Erstmal ein bisschen was freilegen hier. Und wo kommt... Ach, von da kommt das. Oh, ähm... Hätte ich das gerne noch da? Zack. Zack, zack. Brauche ich noch einen seitlichen bitte. Danke. Dann das hier und den... Achso. Ah. Deswegen hatte ich gerade keine Zeit. Äh, shit. Das ist unfair. Das ist unfair. Ich habe keinen gefunden. Ich gehe da hin. Da hin. Da hin. Zwei nach unten. Dort. Und... Seitlich. Seitlich. So. Nice. Okay. Das ist mal unfair. Ich habe keinen gefunden. Beim ersten Mal. Mann. So, dann kann ich jetzt mir aber wieder Zeit lassen. Hier war ich ja, ne? Oder? War ich hier? Ja, ich glaube ich war hier. Dann können wir jetzt wieder... Ja. Ja, gut. Okay, wir können wieder zurückgehen. Schrotmoni, das ist schön. Lass mir jede Waffe nachladen, bitte. So. So, ich wollte das Feuerding behalten. Die lautet die größte Lüge der Welt. Hier. Was ist das Brotale? Äh, Feuer. So. Was haben wir hier? Dollar, okay. Oh, was ist hier? Spieldose. Und noch irgendwas. Kuchen mit Creme-Füllung. Oh, lecker. Okay, hier brauchen wir einen Code. Er ist ja falsch, verdachte ich mir schon. Okay. Habe ich dir schon High zurückgesagt, Eli? Ich glaube schon, oder? Glaube ich schon. Habe ich hier durchsuchen. Eli Kipp mitnehmen. Okay, hier ist aber auch, glaube ich, wirklich nur dieser Bonusabschnitt, ne? Oh, shit. Oh, shit. Okay, wir haben ein neues Tonicum. Security Expert ist die neueste Ergänzung der Hexen-Mart-Produkt-Palette. Wunderbar, wenn man sich deaktiviert hat. Du warst hier drin. Du bist da reingegangen. Komm wieder raus. Dann halt nicht. Ich wusste es. Habe ich mir gerade gedacht, dass er hier rauskommen wird. So, ich dachte, so, da kommt der Safe irgendwo gleich lang. Klar, okay. Na, habe ich dir High gesagt. Schön. Hey. Man schmeißt nicht einfach Särge von anderen um. Das bringt man nicht. Alter! Wo kommst du denn her? So, finde ich jetzt irgendwo noch einen Code, oder? Oh, hey, safe. Okay, das. Nehme ich das. Äh. Dann nochmal den nach unten, bitte. Den. Nein. Nein, 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 nein. Oh. So? So. Fertig. Okay, irgendwo muss ich jetzt einen Code erfahren. Find ich den hier irgendwo? Hm. Moment. Irgendwo hier muss ich den hier finden, oder finde ich den woanders? Okay. Ah. 0, 4, 5, 1. Okay. 4, 5, 1 Gebratron, Schrot Schuhe Autohacker und EV-Spritze Alles klar, cool Nice So, können wir jetzt hier wieder raus Hey, im Gott So, ich guck mal, ob ich hier noch irgendwo was Verbrennen kann Ob ich hier jetzt noch irgendwie was Neues hab War ich hier? Ja, hier war ich Danke für den Besuch Ist hier noch wer? Ne, ich kann mir noch mal Ich glaub, ich hab so viel Geld Ich könnte noch mal alles neu kaufen, oder? Schrot Eigentlich, na gut, Pistol-Money vielleicht Das ist ganz nett Dann hab ich noch genug Anti-Personen-Patronen Ungewanderte Ziele, wie Splicer zu neutralisieren Damit kann ich dann Splicer zu normalen Menschen machen, oder wie? Hab ich die? Okay, das will ich gleich mal ausprobieren Wenn ich nochmal einen Splicer treffe Aber ich find grad keinen Ha, okay, schade Vielleicht hier unten, oder so? Ja gut, okay Auf jeden Fall können wir jetzt erstmal Ne, hier soll ich ja gar Ich soll ja hoch Oben lang wahrscheinlich, oder? Ja, der Pfeil zeigt ein bisschen Dumm an Muss ich nicht hier lang? Ne, irgendwie Bringt das auch nichts Nein, nein, ich muss ja wieder komplett zurück Klar Klar Ich muss komplett zurück Da war ja der Eingang Ja, der, der Dings Stimmt, da muss ich doch jetzt mit der Telekinese-Kraft Dieses Ding zurückschleudern Yeah Oh Ist der jetzt mal tot? Ich glaub, der ist jetzt tot Äh, heilen brauch ich mich grad nicht Hecken Was ist das? Ich weiß es nicht Soll ich es nutzen? Ich nutze es lieber nicht So einbeutig Was? Hä? Okay, der ist gut Den hier bitte Nein, scheiße Ja, jetzt bin ich am Arsch Der Dings Was? Oh ne Komm noch mehr, ist es dein Ernst? Ich binите Ich bin Von Von Gott Willkommen im Zirkus der Wehrt. Ich will den nicht mehr hecken. Ich will den nicht mehr hecken. Ich habe keine Muni mehr. Ich muss demnächst auch mal neue Muni kaufen. Lieber Steinmann, es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Dann unternehmen wir etwas gegen die Symmetrie. Was? Es war nur eine Tesla-Spule, die jedem einen Angreifer elektrischen Statt verletzt. Okay. Okay, wie es aussieht, haben wir einmal Waffen... Wie heißen die? Ich habe vergessen, wie es heißt. Waffen-Modifikation sage ich jetzt einfach mal. Oh ne. Wo war die Kamera? Wo war die Kamera? Da oben. Da oben. Ich habe nicht mehr viel Schuss. Ich brauche noch eine Muni. Okay Ich glaube, gleich den, gleich den, dann dahin Hoffentlich habe ich jetzt genug dieser Teile Ist ja auch, egal, ich nehme jetzt die Dann die und jetzt den nach unten Zack Bandagen Die Bandagen füllen mich wahrscheinlich gleich mit dem Leben auf, ne? Habe ich gar nicht drauf geachtet, jetzt so krass Alter 1.000 Einzelteile Das ist, äh, ein Ding So, ich habe dafür wieder Muni, schön Brauchen einen neuen Munitionskasten oder so, ey Hier komme ich da wieder raus, alles klar Da komme ich nicht durch Keine Muni oder so So ein bisschen Muni, schön Alter Du bist hässlich Wo ist er? Hä? Da Notschlüssel Ja Mache ich, nachdem ich hier alles erkundet habe Okay? Gut Ich kann wieder überall nachladen, schön Nur ein bisschen Muni Schön Schön alles einsammeln, was es hier gibt Mal hier unten nachgucken Medi-Station Ja, die ist eigentlich gerade egal Brauche ich nicht Safe Der ist schon wichtiger Kannst du mal da hin? Danke Da hin Da hin Den da Den da So Nice So Leute, das war es erstmal Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, bewertet ihr den Part Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder Haut da rein Na Bis zum nächsten Mal.